Es ist eine Aktion im Rahmen des Kunstfestivals Biennale 2018 Bad News. In diesem Rahmen sind auch die städtischen Flächen für die Aufstellung nicht nur dieser Statue, auch anderer Kunstinstallationen genehmigt worden. Das ist eine heftige Diskussion in der Stadtgesellschaft, aber im Rahmen der Kunstfreiheit muss die Stadtgesellschaft das aushalten. Untertitelung des ZDF, 2020